Hm, das freut mich. So. Ach, das Spiel ist so geil. Nur mein Lebensbalken oben, der wird irgendwie immer kleiner. Äh, wie viel kostet das jetzt? Ja, wir können ihn reparieren. Und dafür haben wir ja jetzt nicht genug Geld, um den zu reparieren. Toll. Das ist ihr Herz aller Liebst. Ah, Ausweis. Glück gehabt. Nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. Das ist auch meins. Und dich brauchen wir auch nicht. Dann suchen wir nochmal... Ne große Batterie. Nice. Ha. Aha. Ich muss die Tür zu machen, verdammt. Ich hab ihn noch nicht erwischt. Na gut. Sollen wir trotzdem recht sein. Ha. Ha. Idioten. Hi, Freunde. Bäm. Mö. Hier ist wieder so ein Safety-Raum, wo man sich verstecken kann. Oh, und hier kann man wie ein Schläger, ne zwei Schläger, wenn ich das richtig sehe, und ein Creeper, sprich wir laufen an den Schlägern vorbei zum Creeper hin, der Creeper explodiert, und wir laufen dann da hinten durch die Tür durch, ja, so machen wir das. Hi Leute, kommt, 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 ja, oder wir machen es so, das geht auch, nix da, nix da, nix da, nix da, du bleibst schön da. Ja, denkt der sich, bitte. Schnauze. What the fuck? Lass dir mich mal in Ruhe, bitte. Ruhe und so. So. Sauber. Na gut, wenn man sich das so anguckt, ist hier überhaupt nix sauber. Du machst mich nervös mit deinem Rumgebrülle. Aber gut, soll man da versuchen, hier nicht nervös zu werden? Ähm, 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 oh, nice money. Okay. Ich glaube, ich wechsle einfach mal aus Spaß einer Freude die Waffe. Mal gucken, was die drauf hat. Die hat ja jetzt Schaden von, äh, 890, 880, 885 zum Dach. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Kapitel 18. Die ganze Welt ging zugrunde. Lade das Dach. Lade das Dach. Oh, ähm, ja. Was stand hier? Oh, da hätte ich mal weiter weggehen sollen. So. Jetzt gibt's aber auch hier aufs Gesicht. Oha. Oha. Wenn das so weitergeht, bin ich gleich down. Na. Ja, den haben wir. Du glaubst, du kannst mich aufhalten? Nein, ich weiß es. Aber hier muss doch irgendwo jetzt, sage mal, Energie rumliegen. Äh, nicht ganz, aber so wirst du in der Art, ne? Apropos. So. So. Ich habe mich hier gerade auf die Idee gebracht. Yeah. Jetzt geht's los. Was sagen wir hier? Schrotflinte. Ihr werdet mich nie besiegen. Zeit, um sterben. Okay, jetzt wird gerade die Energie ziemlich knapp. Noch mehr Granaten, aber mit den Granaten treffe ich nicht wirklich. Was haben wir denn hier? So ein Gewehr. Na ja, auf jeden Fall haben wir hier genügend Munition. So, das ist jetzt relativ unnötig, was ich hier mache. Aber ich bin beim nächsten Treffer down. Und ich sehe sie nicht. Da. Oh, das verzieht so. Oha. Ja. So, ich versuche das hier jetzt nochmal eben schnell zu clearen. Boah, sind das viele. So, einer weniger. Äh, mit Steuerung duckt man sich, ne? Ey, der bleibt geduckt. Das ist ja immer geil. Oha, ich komme damit nicht klar. Ich brauche eine andere Waffe. Wir nehmen jetzt mal den Revolver. Mal gucken. Oha. Goddammit, sind das gute Schützen. Oh, so wird das nix, Leute. So wird das nix. Jetzt aber. Ja, den haben wir. Du kannst mich nicht schlagen. Und wie ich das kann, mein Freund? Na? Ach du Scheiße. Nein. Nein. Okay, Leute. Das war's dann für heute. Ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschau, tschausen.